ja 0,6 ist ja nüchtern bei dir oder so momentan ja also ich will nicht wissen oder auch nicht doch Jojo Leute willkommen bei Planezeit 2 heute wieder mit Sven Maikos und er frisst schon wieder gar nicht und wir sind auf Esamir und ja Sven ist Platoon Leader er wollte bloß nur keine Ansage machen weil er schüchtern ist und ja hallo 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 ich bin auch da ja soll ich durch schüchtern ja das ist doch ein Land ok guys get ready for the drop ready for the drop guys we are dropping on the A-point dann halt nicht komm halt selber wie wir es damit ich hola dich doch schon ein jetzt mehm doch nicht gleich rum Mensch freuen sie mir freunde Lappen Gamer King auch hier ist in den tropen laden so und jetzt hier nicht rum nüben sondern spiel ne also nüben leider wieder unser Team leider leider nur leider manchmal mal loben hat man richtig gute Arbeit gemacht hier mit diesem Platoon ist nur einigermaßen voll es halte zusammen wir haben bisschen bisschen Schleim Schleim genau wenn der Jens ist wenn jetzt noch ein bisschen Werbung machen könnte auf Englisch dass die anderen unseren Kanal auch mal besuchen sollen dann wäre es auch cool aber was macht er nicht wollen die Engländer bei uns ich weiß egal was wenn man deutsch spricht dann machen wir es nachher bevor wir aufhören hoffe es hat Spaß gemacht wenn ihr angucken wohl was man getrieben haben YouTube Lappen Gamer TV.de äh sagst du in unserem Video ja ist schade das ist eine gute Logik ja weil jeder der dieses Video sieht hat unser Kanal bestimmt noch nie gesehen du ich sollst es nachher am Ende von der Aufnahme sagen dass die anderen wo hier nicht bei unserem Kanal gucken das auch machen der Zoll Lappen wo machst du es du nicht guter bitte weil ich ihr Chef bin und ich Chef delegiert bei Google Übersetzer was für ein Besitzer Google Übersetzer ganz englisch ha 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 ich lasse es hier schon Sven machen dass es einigermaßen gut sich anhört was will denn der will er ärger will er Aknäpf der hat nichts zu melden der ist nur keine Ahnung was ist denn der Platon Lieder ich bin ja warum warum bist du nicht Platon Lieder Sven warum ist nicht unser ich bin kompetente Mitarbeiter nicht also das ist Markus labert wieder er näht sich wie eine gute Idee BW 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 ob sie gegen gebläfft sind oh wie lange dauert das hier noch das ist ja nichts auszuhalten wie Lappen das sind die sind einfach keine Lappen die haben einfach kein Skill oh scheiße dass die einfach kein Skill haben was hast du dann ich bin Oberpro Gamer ach so wenn dann bist du Oberpro Saufer ja aber so alt ist es doch gar nicht oder nein siehste sagst du selber es war ironisch gemeint ich kenn keine Ironie kann man das essen ja dich ironie gibt es ich kenne keine ironie was ist ironie was bist du was ich bin ich bin der beste spieler in unserem 3-Mann-Aufnahme also trupp ja wenn ich mal immer ins wort fallen der wäre es viel schöner das will ich mal sehen dass du der beste bist ich habe gerade locken Jumbo gerecht ja Jumbo 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 ja welches Medikirchen gerettet habe so habe ich mal nur ein bisschen auf mein Gesicht rum getanzt bis dahin ist es bisher nicht geworden weil er nicht sagt ne mir geht es nicht gut ja 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 geht es nicht gut bist du krank ne nicht krank natürlich ist er krank oder ein bisschen zumindest ja ich kann mich nicht genau machen was er hat ich weiß es ja auch nicht er sagt ja nichts sag ich doch ja ja Osven mit was musst du zusammenarbeiten gell ich frage mich warum ich mit dir arbeiten muss ach du willst auch einfach mit kompetenten Arbeitern zusammenarbeiten achso kompetenten Arbeitern weil ich einfach richtig gut bin weil du mich magst vielleicht ja eigentlich nicht das ist aber auch blöd ja ja ein Problem ne ja ein bisschen Leitling 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 Machen kaputt naja war schon mal besser ich steig aus hast du eigentlich jetzt gestimt oder ne hab ich vergessen ja war es halt wieder zu besoffen ne ich war nicht besoffen ne 0,9 ja 0,6 ist ja nüchtern bei dir oder so ja momentan ja also ich will nicht wissen wie ich nächste woche aus ja also nächste woche komme ich gar nicht weil ich da aus der welt ich dachte diese woche ist anders diese woche ist noch ruhig gewesen also ab jetzt ab donnerstag jetzt los ja ist ab donnerstag ist richtig hart da das so ein sport ist da ist ein sport junge in sport sport auch scheiße ja ich leute schreibe einfach Hashtag Alkoholvergiftung Hashtag Markus ist ein Lappen und ich treffe den Typ da unten schon wieder mich so war dass du das hast du alle allerdings gut erkannt Foto fuck nein ah wo seid ihr eigentlich schon wieder im Standort achso warum kämpfe ich hier oben alleine gegen die Wanus ja achso wir sind schon in der nächsten Station irgendwie weiter weg ich muss eigentlich mein platon mein mein trupp ist gar nicht mal so weit zusammen ich das gar nicht hätte wenn du da irgendwo im Gamm ist ich bin da Foto bist du bei mir? ach ja ach ne kein Wunder bin ich so schlecht dein Karma das ist dein schlechter Einstände weil du mich nicht magst deswegen und weil es wenn heute so still ist und schlecht gelaunt weil es ihm nicht gut geht und weil es ihm nicht gut geht und mir so viel Scheiße labert und weil es ihm nicht gut geht ja und weil es ihm nicht gut geht ja und weil er labert ist ja und er kann sich kompensieren ja das Stückchen macht auf einen auf einmal scheiße wenn man sich nicht wehren kann ich glaube er will eigentlich was sagen aber er kann einfach nicht das ist das wäre schon am Boden weißt du der kann aber nicht mehr wir machen ihn jetzt so fertig dass es nicht geht der ist moralisch so am Ende Aua ich höre ich hatte dich schon geritzt und so warte nur darauf bis er verblutet ist guck mal beim Start 3,2, zackla den Scheiß gebe ich mir heute nicht Disconnected 3,2, wir fangen an Disconnected 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 Na das mache ich heute nicht weg auch Sven du darfst du dich eigentlich alles so ernst nehmen was du mir sagen Markus und ich machen ganz viel Spaß naja geht nicht ich mein das ernst du vielleicht du vielleicht ich mein Spaß wird schon Sven das kommt nicht eng ja sind wir halt allein unterhalter wenn Sven einfach nicht mitmachen will wahrscheinlich hat er ist ja auf einem anderen Test und andere Channel meinst du bei Dark ja wir merken es aber nicht warte 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 ja ja ist halt ein Moth oh sick Willy my Magoo hab ich gerade gehert schadet hab ich gerade gehert schadet